Mh, was fressen die denn? Getreide? Die Kühe. Getreide? Ich hab aber nur ein Weizen. Naja, da wird doch irgendwo was fertig sein, oder? Bestimmt. Moment, ich muss erstmal hier unten irgendwie... Warum haben wir denn hier so eine Kiste mit so Haufen... mit zu viel Schwertern drin? Keine Ahnung. Holzschwerter? Äh, nee, Eisen- und Steinschwerter. Ach, ich war... Ja, mhm, fällt mir auch gerade ein. Fällt mir auch gerade ein. Ton, wir haben hier noch Ton. Gebrannter Ton, blau gefärbter Ton. Stimmt, du wolltest ja mal, äh, Leben und so haben. Ja, genau. Ich weiß zwar nicht mehr für was, aber vielleicht komme ich da nochmal drauf. Goldene Pferderüstung. Ohne Pferde. Warte mal, hier kann ich mein Pfeil ablegen. Wir haben... Warum hab ich so viel Stickys? Ein Apfel, ein Knochen... Ein Netherstein. Ach, mach mal das Netherzeug mal hier. Ach nee, ist irgendwas anderes mit drin. Hier haben wir... Hier haben wir... Ach nee, das ist eine Druckplatte. Aber hier haben wir noch Eichenholz. Hey, hier haben wir Zaun, den brauche ich dann nachher. Das ist gut. Die Redstone Torch, die... werfen wir mal hier mit rein. Ach, das Eis. Ach komm. Tu's hier mit rein. Und den Seelensand auch hier mit rein. Ach so, Wenzel, kannst du mal mal rein tun. Hm? Hast du denn mittlerweile einen Wunsch, den man dir zu Weihnachten schenken kann? Äh, hatte ich doch mal im Pub gesagt. Ja, was denn genau? Äh, na, so ein Reinigungsset für die... Ja, gut, ich meine, das ist ein Geschenk für Reu oder von... Für Reu oder, ich meine, von Reu oder so, weißt du, für eine Person. Hast du da noch einen zweiten Wunsch? Äh, pssst. Uff, fuh, 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 das lass ich mir mal überlegen. So, so richtig fällt mir da halt eigentlich nichts ein. Also, den liebsten wär's mir gewesen, weil ich mir treu für so ein Raspberry Pi für dich zusammengelegt hätte. Das könnte man auch machen. Er ist schon zu spät für. Echt? Hat er? Ach so, okay. Ich dachte, Reu hat sich gefragt gehabt, was du haben möchtest. Ja, und da, ich dachte, es ist mal einfach von uns beiden. Naja, das Reinigungset ist noch nicht so weltbewegend teuer. Also hat's Reu schon geholt? Hm, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Weil du meinst, es ist schon zu spät. Alter, ich kann ja auch nicht sagen, was du geschenkt bekommst. Wäre doch sonst kein Geschenk mehr. Aber Roy meinte halt, dass er dich gefragt hätte und du hattest das gemeint. Da war ich mich verwundert, dass du zu Raspberry Pi Nein gesagt hättest, aber gut. Na, äh... Na, ich dachte, ich dachte halt von euch beiden, dass... Naja, im Reinen... Also natürlich hätte ich mich lieber über ein Raspberry Pi, aber wenn das jetzt... Ich weiß ja nicht, wie Roy die Frage gestellt hatte. Er hat nur gesagt, äh, was willst du gerne zu Weihnachten haben? Also hat er dich nicht zur Wahl gestellt? Nee. Okay. Ich bin hier total durcheinander, wie ich was hier einsortiere. Schrecklich. So, mal gucken. Ah, hier unten ist noch nicht fertig ganz mit... Aber wir haben ja hier noch Knochen. Nein, hier sind ja noch Knochen drin. Ein Knochen, toll. Da kann ich richtig viel Knochenmehl draus machen. Richtig viel. Drei. Yay. Naja, komm. So, und... Es werden Bücher. Sehr schön. 26 Bücher nur? Oh nein. Und dann drei Bücher brauchst du dafür, für... Für ein Regal. Genau. Und ich brauche... So, dann pflanzen wir jetzt erstmal wieder neu hier unten an. Und dann gehen wir mal Mumu füttern. Mach das mal, ich brauche nicht ein paar Kühe. Unsere armen Kühe werden einfach so geschlachtet. Du Kuhmörder, du! Ha, 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 ha. Und warum? Weil sie es nicht anders verdient haben. Und warum haben sie es nicht anders verdient? Weil es Kühe sind. Das wissen nur sie. Bibliothekar. Seit wann bist du ein Bibliothekar? Ab jetzt. Mit Brot kann ich gerade nicht einpflanzen. Dann gibt es einen Brotbaum. Ganz genau. Das würde ich mir gerne sehen. Einen Brotbaum? Ja. Stell ich mir witzig vor. Besonders, weil die Sammer dann auch nur Brotkrumen sind. Einen Geldbaum wäre toll. Wenn ein Geldstück, so, was weiß ich, machst einen Cent und dann wächst da daraus irgendwie. Nein, du machst einen Cent, steckst in der Erde und dann wird so ein Geldbaum, wo dann immer die, was weiß ich, die 500er dranhängen. Oh Gott, 500er. Na, wenn schon, denn schon. Ja, warum nicht, ne? Genau. Und, hast du dir, ähm, SimCity 2000 geholt? Oder war es schon zu Ende? Ja, ich habe es runtergeladen, ne, ne, ich hatte es eigentlich schon runtergeladen, bevor du mir das überhaupt gesagt hattest. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile immer noch im Angebot gehabt. Ja, aber irgendwie ist es nicht so toll. Es ist 2000, Mensch. Ja, ich weiß. Oldschool-Grafik. Genau. Da ist ja Minecraft schon, äh, wow, 3D, weißt du? Ja. So, dann mach mal einmal Kühe füdern. Füdern mit Kühen, aha. Mal gucken, ob ich jetzt den Aufzug richtig bediene. Bediene. Yay. Yippie yay. Big Donner, Macke. Ich brauche wesentlich mehr Kühe. Ja, ja, ich komme ja schon, hier. Okay, ich gehe mal hoch zu unserem, da wo später ein Table stehen soll, äh, kriege ich den Table mal, überhaupt. Äh, der ist unten in, in, in dem Redstone. Gut, dann gehe ich jetzt mal hoch. Macht Liebe miteinander. Liebt euch und vermehret euch. Also, ey, Leute, jetzt ist doch mal gut, so viel gibt es doch gar nicht zu diskutieren. Ich merke hier nur, die ganze Zeit geht's. Ich höre es. Echt, hast du es gehört? Ja. Das Vibrieren vom Handy? Äh, japp. So, ich glaube, ich habe alle zeugungsfähigen Kühe schon verzeugt. Ein Wasserkopf, wofür. So, darf ich jetzt mal raus, ohne dass die Kühe, äh, gleich rausflitzen? Piu, piu. Ha, nein. Ha. So, hier sind wir als kleine Kühe und die Zombieschlacht beginnt. Ja. Wer wird wohl gewinnen? Wer gewinnt? Wer, wer ist der King im Ring? Oh Gott. Wie viele Kühe haben wir denn eigentlich überhaupt noch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe gerade, äh, ich habe sie gerade vermehrt, die Kühe. Hm, sehr schön. Nein, das Hobby hat mich angebrannt. Nein. Renn ins Wasser. Ja, es hat schon wieder aufgehört, aber trotzdem. Wie sieht es eigentlich hier mit dem Feld aus? Ah, noch nicht ganz. Noch nicht ganz fertig, aber fast. Das Feld ist noch nicht fertig, ja? Nein, noch nicht ganz. Ein, zwei, zwei. Hier fehlen noch eins, zwei und da ist noch ein drittes, was nicht fertig ist. Wenn schon, wenn schon, denn schon. Ach nee, hier oben sind auch noch ein paar. Wenn, dann warten wir auf alles. Na gut. Karotten sind fertig. Kartoffeln so gut wie auch. So, jetzt muss ich mal überleaschen. Genau. Dann brauchen wir, ich brauche noch ein paar, paar, paar Slaps. Hier haben wir noch ein bisschen Eichenholz. Ach nee, hier rein. Und dann gibt's jetzt Slappity Slaps Slaps. Weißt du, was ich mir auch mal überlegt hab, was ich gerne anfangen möchte als LP? Was denn? Nein, gut, ich hab noch so viele angefangen, die müsste ich erst mal zu Ende machen, ich weiß. Ähm, deswegen in meinem nächsten Vlog werde ich auch sozusagen das dann zur Wahl stellen, welches ich beenden soll, sozusagen. Jetzt hat er aber nicht die Kühe weggenommen. Was machst du denn? Falsches Item in der Hand. Ja. Welche ich beenden soll, aber worauf ich Lust hab, ich hab ja eine Menge Survival Games. Okay. Und, und, äh, dass ich da... Er brennt und rennt weg. Ja. Weil ich auf, weil ich auf den Kinderkram keine Lust hab. Woltergeweck. Da liegt's. Na, ähm, auf jeden Fall, dass ich dann, ähm... Nein, jetzt hast du ein zweites. Nein, ich hab keins. Na, auf jeden Fall, dass ich dann... Abstimmen lässt, okay. Genau, abstimmen lasse und, äh, die Survival Games, dass ich halt, äh, ähm... Dass ich da verschiedene Staffeln mache, die nicht hintereinander und halt immer eine Staffel so lange, wie ich überlebe. Und worauf ich auch Lust hab, sind, äh, ist so, so... Kennst du Deponia? Ich hab ja die Reihe. Deponia sagt mir jetzt nichts. Nicht? Chaos of Deponia? Ah, warum, warum machst du da die... Was soll ich mit den ganzen? Damit du auf dem Wasser stehen kannst. Ach so. Ah, das war... Äh, dann guck dir mal, Chaos, auf Deponia, unbedingt, das... Das muss man kennen, Deponia. Das ist... Alter, dass du Deponia nicht kennst. Ja, tut mir ja leid. Chaos... Ach so, das... Mit, mit Rufus. Ja, ja, nee, aber ich hab noch nie gespielt. Nee, also ich hab ja die Reihe und, äh, ich meine, ich hab's mir mal... Ich hab mir damals bei Kron zwar angeguckt, aber auch nicht alles. Und ich hab's selber noch nie komplett durchgespielt, weil ich eigentlich eine Gerätse einfach nicht gecheckt hab. Und da, ähm, darauf hätte ich eigentlich auch Lust. Jetzt hab ich ne kleine Ruckler bei... Hallo? Da weiß der, wie's mir vorhin ging. So, baba... Da, da, da... Jetzt ist er grad weg. Da ist er wieder. Ja. Abschiedet, ne? Hm? Hm? Passiert mit Skype. Ist mir eigentlich... Ist mir bei Skype eigentlich noch nie passiert. Nö, bei mir schon. So. Hast du noch Getreide im Inventar? Hm, ne, doch, hab ich. Brauch... Die Kühe wieder vermehren, deswegen. So, liegt vor. Danke. Aber ich glaub, der...